Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 2701 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Meine Eltern streiten sich jeden Tag. Nur mein Teddy versteht mich. Meine Eltern streiten sich jeden Tag. Nur mein Teddy versteht mich. Ich beginne jeden Tag gemütlich mit einer Tasse Tee und der Tageszeitung. Ich beginne jeden Tag gemütlich mit einer Tasse Tee und der Tageszeitung. Ich beginne jeden Tag gemütlich mit einer Tasse Tee und der Tageszeitung. Die neue Kamera verfügt seit dem Update über eine weitere wichtige Einstellmöglichkeit. Die neue Kamera verfügt seit dem Update über eine weitere wichtige Einstellmöglichkeit. An der Decke ist ein Wasserschaden. Wir müssen herausfinden, woher das Wasser kommt. Besuchen wir heute den Berliner Fernsehturm? Wir paddeln in entgegengesetzte Richtungen. Wir paddeln in entgegengesetzte Richtungen. Nimm den Rucksack mit. Er wird groß genug für deine Kleidung sein. Nimm den Rucksack mit. Er wird groß genug für deine Kleidung sein. Nimm den Rucksack mit. Er wird groß genug für deine Kleidung sein. Diese Äpfel schmecken besonders lecker. Wo hast du sie gekauft? Diese Äpfel schmecken besonders lecker. Wo hast du sie gekauft? Diese Äpfel schmecken besonders lecker. Wo hast du sie gekauft? Seit ich die neue Kaffeemaschine habe, trinke ich noch mehr Kaffee als vorher. An Besucher, die nicht regelmäßig auf der Baustelle sind, wird oft ein weißer Helm ausgegeben. An Besucher, die nicht regelmäßig auf der Baustelle sind, wird oft ein weißer Helm ausgegeben. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich bin froh, dass wir es gekauft haben. Es passt perfekt zu mir. Ich bin froh, dass wir es gekauft haben. Es passt perfekt zu mir. Ich bin froh, dass wir es gekauft haben. Es passt perfekt zu mir. Morgens öffne ich die Fenster, lasse frische Luft in die Küche und trinke die erste Tasse Kaffee. Unser Kaffee öffnet um 8 Uhr morgens. Dann kommen die Gäste zum Frühstück. Unser Kaffee öffnet um 8 Uhr morgens. Dann kommen die Gäste zum Frühstück. Ich werde das Problem lösen, aber ich brauche Zeit zum Nachdenken. Mein Vermieter hat die Heizung abgestellt, weil ich meine Stromrechnung nicht bezahlt habe. Mein Vermieter hat die Heizung abgestellt, weil ich meine Stromrechnung nicht bezahlt habe. Karaoke war noch nie mein Ding. Ich sollte es sein lassen. Karaoke war noch nie mein Ding. Ich sollte es sein lassen. Ich liebe alle Arten von tropischen Früchten. Diese halbierte Grapefruit duftet besonders gut. Bist du dir sicher, dass wir unser Ziel auf diese Art und Weise erreichen können? Bist du dir sicher, dass wir unser Ziel auf diese Art und Weise erreichen können? Soll ich zum Mittagessen wieder Frikadellen und Pasta machen? Soll ich zum Mittagessen wieder Frikadellen und Pasta machen? Der Wind hat meine Wohnungstür zugeschlagen. Ich warte schon seit einer Stunde auf Maria, denn sie hat einen Ersatzschlüssel. Der Wind hat meine Wohnungstür zugeschlagen. Wir sind alle gespannt, was in diesem Paket steckt. Wir sind alle gespannt, was in diesem Paket steckt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Wir sind alle. Untertitelung des ZDF, 2020